Herzlich Willkommen zu die Filmanalyse. Heute mit Predator von John McTiernan. Gemeinhin denkt man, das 80er Jahre Kino sei wahnsinnig gestrig oder positiv ausgedrückt kultig. Doch der Begriff Kult markiert ja auch schon, dass ein solcher Film ästhetisch und inhaltlich überholt ist. Ästhetisches Predator aus dem Jahr 1987 sicherlich nur noch nostalgisch zu betrachten, wenn man diesem Film irgendwie wohlgesonnen gegenübersteht. Inhaltlich aber sieht das völlig anders aus. Der häufige Abwehrreflex, dass die 80er Filme einfach die Opposition des Kalten Krieges übernommen haben, ist so nicht haltbar. Predator ist ein Beispiel dafür, dass die 80er Jahre Actionfilme, gerade die mit B-Movie Charme, sehr wohl wissen, dass eine neue, unübersichtliche Zeit angebrochen ist. Predator ist ein Film über die neuen Kriege, die uns bis heute beschäftigen und die die Welt in eine Unordnung gebracht haben. In der Eröffnungsszene sehen wir ein Raumschiff, das etwas abwirft, das dann in die Erdatmosphäre eindringt. Der Feind kann nun also von überall her kommen. Die Ära der großen, zwischenstaatlichen Kriege ist vorüber. Die neuen Kriege sind geprägt von Scharmützeln, von Anschlägen, von Guerilla-Aktionen, was auch immer. Zwar spielt dieser Film im Dschungel von Mittelamerika, doch der Schauplatz erinnert nicht zufällig an Vietnam. Damals stand die Weltmacht USA Guerilleeinheiten gegenüber. Die Lage war unübersichtlich. Die militärische und personelle Überlegenheit war keine mehr, angesichts der überall aus den Wäldern schießenden Kämpfer. Dutch, gespielt von Arnold Schwarzenegger und Dylan, gespielt von Carl Weathers, kennen sich beide vom Vietnamkrieg. Das ist der direkte Bezug, den der Film herstellt. Sie werden jetzt durch den außerirdischen Angriff ein zweites Vietnam erleben. Der außerirdische, zumeist unsichtbare Feind ist kaum auszumachen. Es wird mehr als eine Stunde dauern im Film, bis Dutch und die Seinen erkennen, dass sie einen Feind ganz anderer Art da haben. Es ist nicht mehr ein Feind in Form eines anderen Staates. Klassische Freund-Feind-Unterscheidung schloss ja eine Diskriminierung des Feindes aus. Hinzu kam, dass es immer möglich war, wieder Frieden zu schließen durch Verträge. Genau das ist aber bei den neuen Kriegen nicht mehr möglich. Wer ist überhaupt dieser Feind? Was will er und kann man mit ihm ins Gespräch kommen? Die Antwort hier, die Predator gibt, heißt nein, man kann nicht mit ihm ins Gespräch kommen. Es ist ein guter Einfall, Predator nicht in Vietnam, sondern in einem für diesen realen Kriegsschauplatz symbolischen Drehort anzusiedeln. Der Film ist unter den vielen Vietnamkriegsfilmen ein besonders bemerkenswerter. Wir sollten keineswegs der falschen Fährte folgen und Predator leichtfertig als triviales Actionkino begreifen. Zweifellos ist der Film als Film nicht besonders gut. Vergleiche etwa zu Apokalypse Now verbieten sich selbstverständlich. Doch gerade Trash kann sehr aufschlussreich sein. Eine Gesellschaft erkennt man hier häufig am Müll, den sie hinterlässt. Das weiß jeder Archäologe. Wie Archäologen können wir an Predator studieren, wie sich der Krieg in den vergangenen Jahrzehnten radikal gewandelt hat. Staaten haben das Gewaltmonopol verloren. Die, wie der Staatsrechter Karl Schmidt es nennt, absolute Feindschaft bringt nun auch eine totale Entmenschlichung des Gegners mit sich. Dadurch scheint auch für eine Weltmacht wie die USA alles erlaubt zu sein, um den Feind zu besiegen. Diese Diskriminierung des Feindes, die im klassischen Krieg ausgeschlossen war, damit man überhaupt noch mal Frieden schließen kann, gilt hier nicht mehr. Und eine Diskriminierung des Feindes findet hier auch ganz klar statt, wenn Arnold Schwarzenegger dann zum ersten Mal dieses Vieh aus dem All ohne Maske sieht. Also dann blickt er nicht auf einen Menschen, sondern eben auf irgendein Ungetüm und er sagt, du bist abgrundtief hässlich. Wer Widerstandskämpfer, Partisan oder Terrorist ist, kann schwerlich definiert werden. Es kommt auf die Perspektive an. Das große Thema in Predator ist, wer kann wen sehen. In alten zwischenstaatlichen Kriegen war das noch einfach. Die Soldaten trugen Uniformen und oftmals in den früheren Kriegen noch nicht einmal Tarnuniformen. Der Gegner in den neuen Kriegen aber ist unsichtbar geworden. Dutch und seine Kameraden treten als US-Spezialeinheit in Erscheinung, aber noch mit militärischem Look. Aber sie sind natürlich keine klassischen Soldaten mehr und einer der Kameraden ist auch CIA-Mann. Doch die kleine, mehr polizeilich als militärisch operierende Einheit ist schon ein Resultat der neuen Kriege. Aber sie sind eben noch leicht zu erkennen. Das unterscheidet sie von Partisanen ebenso wie von Prädatoren, die ohne Uniform agieren. Das war ja durchaus ein Problem für die USA im Vietnamkrieg. Wen hat man da eigentlich im Visier? War das jetzt gerade ein Zivilist oder war das ein Guerillakämpfer? Karl Schmidt schreibt in seiner Theorie des Partisanen folgendes dazu. Der Partisan ist ein irregulärer Kämpfer. Der reguläre Charakter bekundet sich in der Uniform des Soldaten, die mehr ist als ein Berufsanzug, weil sie eine Beherrschung der Öffentlichkeit demonstriert und mit der Uniform auch die Waffe offen und demonstrativ zu Schau getragen wird. Der feindliche Soldat in Uniform ist das eigentliche Schussziel des modernen Partisanen. Spannend ist nun, wie sich der von Schwarzenegger verkörperte Dutch verändert im Laufe des Films. Nach und nach legt er seine Uniform ab. Irgendwann ist er vollständig mit Schlamm bedeckt. In manchen Szenen sieht er regelrecht aus wie eine Echse. Er hat sich ganz dem Wald angepasst und die zivilisatorischen Merkmale hinter sich gelassen. Erst jetzt, wo er vom Predator nicht mehr erkannt werden kann, begegnen sich die Feinde nun auf Augenhöhe. Dutch kämpft jetzt auch mit Pfeil und Bogen. Die Zivilisation wird also wieder primitiv. Das ist nicht zuletzt auch daran zu bemerken, dass beim sogenannten Krieg gegen den Terror man Folter wieder als ein probates Mittel im Kampf gegen die Feinde angesehen hat. In gewisser Weise waren zwischenstaatliche Kriege durchaus zivilisatorisch, ja menschlich könnte man fast sagen, human. Die neuen Kriege zwingen den regulären Krieger dazu, sich in einen irregulären zu verwandeln. Und auch der Partisan verändert sich durch den technischen Fortschritt. Er ist nicht mehr nur der tellurische Kämpfer. Karl Schmidt schreibt dazu, doch wird auch der autochtone Partisan agrarischer Herkunft in das Kraftfeld des unwiderstehlichen technisch-industriellen Fortschritts hineingerissen. Seine Mobilität wird durch Motorisierung so gesteigert, dass er in Gefahr gerät, völlig entortet zu werden. In den Situationen des Kalten Krieges wird er zum Techniker des unsichtbaren Kampfes, zum Saboteur und Spion. Es ist ja sehr erstaunlich, wie der Predator zum einen als archaischer Kämpfer erscheint und zugleich auch hochtechnisch aufgerüstet ist. In seinem Buch, das wirklich sehr zu empfehlen ist, die neuen Kriege von Herfried Münkler, heißt es, unter der Voraussetzung einer symmetrischen Kriegsführung nach dem Modell zwischenstaatlicher Kriege gibt es keine Macht, die den USA auch nur im Entferntesten gewachsen ist. Ganz anders sieht es freilich aus, wenn diese asymmetrischen Konstellationen ihrerseits mit Strategien der Asymmetrisierung beantwortet werden. Wir beobachten im Film, wie Dutch nach und nach diese Asymmetrie begreift. Die neuen Kriege bieten selbstverständlich auch völkerrechtliche Probleme, bringen völkerrechtliche Probleme mit sich, wo nicht mehr einfach Frieden geschlossen werden kann, sondern man den Feind gänzlich vernichten will. Auch Herfried Münkler thematisiert genau dieses Problem, wenn er schreibt Die Rückkehr der Vorstellung von gerechtem Krieg, die in der Völkerrechtsordnung der Staaten weitgehend zurückgedrängt worden war, ist der deutlichste Ausdruck der auch hier eingetretenen Veränderungen. Wer beansprucht, einen gerechten Krieg zu führen, denkt die Rechtsbezüge der Kontrahenten von vorne herein asymmetrisch. Die eine Seite hat alles Recht auf ihrer Seite, die andere Seite hingegen alles Unrecht. Sie wird gedacht nach dem Vorbild des Verbrechers, der durch eine Polizeiaktion unschädlich zu machen und, sofern es zur Festnahme kommt, vor Gericht zu stellen ist. Oder man sieht in ihr, gleichsam als Steigerung strafrechtlicher Konzeptionen, eine Inkarnation des Bösen, das zu vernichten und auszurotten ist. Es ist ja kein Zufall, dass Predator eben auch Räuber heißt. Wir haben hier quasi eine Kriminalisierung des Partisanen, die wir beobachten können. Und es ist kein Zufall, dass der zweite Teil im urbanen, kriminellen Milieu spielt. Der Dschungel ist jetzt die Großstadt und der Tribalismus wird zudem mit Science-Fiction verknüpft. Die Polizei löst den Soldaten ab, der auch im ersten Teil eigentlich schon ein hochgerüsteter Polizist war. Am Ende des ersten Teils kommt Hilfe von oben durch einen Militärhubschrauber. Auch der Luftkrieg ist Teil der Enthägung, Entortung des Krieges. Kampfdrohnen sind die konsequente Fortsetzung dieser Entwicklung, ebenso wie der Gebrauch von Passagierflugzeugen als Waffen. Es gab einmal gemütlichere Kriege, schrieb Martin Balser 2004 anlässlich des Irakkriegs. Predator ist ein ungemütlicher Film, der hervorragend in unsere ungemütliche Gegenwart passt. Wer Predator nur als Krawallkino bezeichnet, der schaut nur, aber sieht nicht.